ich komme nicht an okay müssen wir echt das rad zu zweit drehen und das war's nee sage ich doch habe ich was übersehen eventuell nein ok hier ist er hier haben wir was Henry versuch's mal ok mal los dann mal los mhm ja es geht komm mal rüber ich seh mich mal um bleibt wachsam hm 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 das sieht's recht ruhig aus oh gott ich hasse es wenn's zwei Wege gibt Okay, hier kommen wir wohl nicht weiter. Oh, Ducktape schon wieder. Meine Fresse. Sehr schön. Ich liebe es, wenn es zwei Wege gibt und wenn der eine mit Goodies gespickt ist. Dann mal hier hoch. Der Frosch will heute überhaupt nicht mehr weggehen. Das könnte helfen. Ja, ich habe einen Klicker gehört. Definitiv. Achso, Licht können wir ja anlassen. Oh, Scheiße. Zwei Stück, okay. Einer. Na, ich habe nur drei Pfeile. Von daher... Na toll. Jetzt. Ernsthaft, Spiel! Ich opfere mal ausnahmsweise ein Messer. Ja. Nimm's halt. Okay, dann halt nicht. Gestern habe ich Leute getroffen, die nicht sofort auf mich schießen wollten. Unglaublich. Ich weiß. Wir haben Vorräte ausgetauscht und sind wieder auf unsere Wege gegangen. Sie hatten Kinder dabei und schienen sehr verängstigt. Fast hätte ich ihnen von diesem Ort erzählt. Aber was, wenn sie die anderen sind? Was, wenn... Weißt du was? Es ist mir egal. Was bringt es zu überleben, wenn niemand mehr über deine abgedroschenen Witze lacht? Morgen werde ich sie suchen. Vielleicht wollen sie mir hier Gesellschaft leisten. Ish. Könnte ich jetzt... Okay. Soweit. Alles gut. Ach, hier ist es. Danke. Tücher voll. Okay. Okay. Das war's, glaube ich, soweit. Kann ich auch hier runter? Natürlich nicht. Nein. Alle hopp. Alle platsch. Und... Taxi kommt. Alles aufsteigen. Hopp. Na los, Heli. Na, helfe. Sehr schlau. Ducken. Sehr schön. Hopp. Hopp. Nein, Fehler. Rauf mit dir. Hopp. Nicht. Hier lang? Nee, eben. Äh. Hallo? 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 Was ist jetzt? Wo soll ich euch hinbringen? Ach, hier geht's doch nicht weiter. Ich bin auf dem Räumel. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Hoch mit dir. Danke. Okay. Wie nach, ob der Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Naja. Klingt aber schon, als ob er gehen würde. Oh. Okay. Ich schwimm mal hier rüber. Nur das Geräusch hat mir nicht gefallen. Ich glaube nicht, dass es geklappt hat. Sag's lieber nicht laut. Ach. Okay. Ich hoffe, ihr holt mich hier raus. Hallo? Kann mal jemand? Danke. Wir sollten gehen. Ja. Reich mir die Pforte, Digga. Ich muss sagen, ihr zwei beeindruckt nicht. Wir sind schon Profis darin. Mhm. Bitte nicht verschreien, Ellie. Bitte nicht verschreien. Was ist mit den beiden Klickern da hinten? Verklicke ich ihnen gleich gar nicht. Aha. Ein Werkzeug. Sehr schön. Werkzeug Stufe 3. Danke. Danke. Nicey, nicey, nice. Äh. Was waren das? Kindertagesstätte? Mhm. Darf ich mal? Oh, nee. Wo? Eine Akustikfall. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Mhm. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Wer wohnt denn hier? Wie meint er das hier für ein gutes Versteck? Wichtig, bitte lesen. Sicher gehen, dass alle Türen abgeschlossen sind. Nach den Passwort fragen, wenn Fremde kommen. Nicht rumschreien oder laut spielen. Ins Versteck rennen, wenn der Alarm losgeht. Okay. Ah, passt. Die Tür haben sie zugemacht. Licht wäre hier halt ein Wahnsinn. Guten Tag. Oh, was haben wir denn hier? Shorty. Neue Waffe. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte hier mal. Nein. Hier bleibt der Revolver. Hier können wir mal die Shorty. Aha. Eine abgesägte Schrot, wie es aussieht. Ne, das war nur eine Reflexion. Okay. Ja, warte mal. Wir gucken uns noch hier um. Bevor wir weitergehen. Oh. Nice. Oh, Duck Tape. Woohoo. Verbesserter Radius. Eingesetzter Sprengstoff. Behälter. Okay. Danke. Sprengstoff hat einen besseren Radius. Nehme ich gern. Tor. Jede Menge Spielzeug. Pillen. Tücher. Tücher. Vor, vor. Ähm. Ja, ich kann die Klinge nicht einfach hier lassen. Danke. Ja, ich kann die Klinge nicht einfach hier lassen. Okay, das heißt. Wir müssen vor, da vorne weiter. Ui, Tal. Mhm. Mhm. Arto! Okay. Wow. Vierschuss. Oh, und wie es das geben wird. Und wie es das geben wird. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Hm, Kakerlaken. Okay, hier ist es mal ruhig. Voll. Nehme ich. Oh, dann schauen wir mal. Isch, okay. Hallo Susan. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass dieser Regenfeng eine großartige Idee war. Ziemlich klug, Wasser sammeln zu können, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich den Kindern einige Wasserpistolen gegeben habe. Selbstverständlich würde ich den ganzen Tag über nass gespritzt. Wenn du nicht willst, dass sie es haben, lass es mich wissen und ich nehme es ihnen wieder weg. Wir sehen uns beim Abendessen heute Abend. Kleine Warnung am Rande. Kyle macht schon wieder seinen speziellen Hackbraten. Okay, sieht also aus, als hätte es soweit mal ganz gut hingehauen. Regenfänger. Drink. Ale. Ale. Whatever. Aber. Nun ja. Die Klicker und die toten Menschen überzeugen mich davon, dass es nicht ganz so hingehauen hat, wie es jetzt auf den ersten Blick scheint. Ja, das war ein Volltreffer. Ratten. Okay. Okay, 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 Werkzeug. Lass mal gucken. Ihr wollt hier weiter? Dann gehe ich erstmal hier rein. Sie mussten nicht leiden. Was? Hier ist Spielzeug. Wow. Lass mich raten, Ish. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten. Wenn Ish und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Kyle. Himmel. Oh Gott. Mhm. Du sagst das, Jill. Du sagst das. Hm, nein. Ja, es ist schön, aber... Nee. Ich möchte mir deine Revolver erstmal sparen. Mist, 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 Mist. Mist. Verlust. Mhm. Verlust. Hier ist... Soweit nichts. Ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Ja, werden wir. Werden wir wohl müssen. Nicht dein Ernst. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Ich denke nicht. Oh Mist. Oh oh. Oh shit. Dann lass uns mal gehen. Ja, ich weiß. Okay, Kleiner. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Okay. Alright, das ist 4. 4. Nein. Das wollte ich. Da hinten ist jemand. Bleib hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Ja. Ernsthaft? Oh, wie ich diese Klinge liebe. Ich glaube, wir rennen. Sorry. Keine Zeit. Oh shit. Oh, komm schon. Oh. Falsche Tür. Ja, falsche Tür. Mist. Okay. So nicht. So definitiv nicht. Alter Verwalter, hier geht aber die Hölle ab. Hier tanzt die Luzi, hier steppt der Bär. Ich würde sagen, ich mache hier mal ein kleines Aufnahmepäuschen und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich mache nur schnell einen Speicherpunkt. Sie haben nicht amps. Ich mache mich tatsächlich aus, Mama爆 원. Ich mache nur ein kleinesuflern im Verkehrsged cartell. Sonja Comes vereint doch nochitted. Ich mache nur ein kleines13er. Ich mache nur eineisin Settings. Ich mache nur eine andere Sache einfach, wenn ich goste. Worlds mache diese smoking. Ich mache nur ein bisschen was. Ich mache nur einen Geênon. Untertitelung des ZDF, 2020